Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hatte ja mal auf meinem Kanal etwas von einem Realm gesagt und auch mal Videos davon gemacht. Also der Paul und ich, den ihr auch schon kennt, haben unser Realm zurückgesetzt und eine komplett neue Welt gemacht. Und das hier ist unser Übergangshaus und hier ist unser jetziges Haus, also was ich fertig gebaut hatte vor kurzer Zeit. Und wenn ihr Glück habt, dann bin ich morgen mit dem Paul zusammen und dann werden wir da auch noch mal ein bisschen weiter bauen. Ich mache mal einmal hier die Medien runter und dann werden wir da auch noch was machen. Und wie ihr seht, wir sind schon relativ weit hier an dem Haus. Also ich gehe mal einmal rein und zeige euch das. Also hier haben wir einmal eine Zuckerrohrfarm. Dann, hier steht auch Zuckerrohr dran. Dann haben wir hier Weizen. Hier haben wir alle möglichen, also nicht alle möglichen, sondern hier haben wir Hühner für Eier und haben hier eine Kuh. Und hier, wir waren auch schon Main, haben auch schon ein paar OP-Angeln, aber die haben wir halt aus dem Meer gezogen und 35 Euro Fische, wie ihr jetzt gerade seht. Und ja, das wollte ich euch einfach nur sagen und es tut mir so leid. Ich kann es euch gar nicht, ich kann euch gar nicht sagen, wie leid es mir tut, dass so wenig Videos kamen. Aber ich bin jetzt auch auf dem Gymnasium, ich bin jetzt in der 5. Klasse und ja, da hatte ich einfach jetzt ein bisschen mehr zu tun und dann ist YouTube halt so in den Hintergrund geraten. Aber ich hoffe, ich werde es jetzt hinkriegen, öfter Videos zu machen. Hier ist auch schon das Nether-Portal und sowas alles. Ja, und da wollte ich euch eigentlich auch nicht sagen, hier haben wir Schönhaltbarkeit 3-Angeln, hier Unendlichkeit 1, Kraft 4. Ist auch schon mal ein ordentlicher Bogen. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon von dieser neuen Realm-Vorstellung. Und was ich euch fragen wollte, jeder, der dieses Video sieht, bitte schreibt mir mal, wie ich euch in den Videos begrüßen soll. Soll ich euch weiter Hallo Leute nennen oder irgendwie anders, weil Dr. Banks nennt seine Zuschauer hier, zum Beispiel Rabauken. Coincrafter sagt gar nichts, Coincrafter sagt Hallo, mein Name ist Luca. Und ja, sagt es bitte einfach, schreibt es bitte einfach in die Kommentare und ich würde mich sehr über ein Like freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.